Das war knapp. Das Dschungelcamp steht Kopf nach dem überraschenden Auszug von Camper Heinz Hönig, 72. Tränenreich verabschiedeten sich die Bewohner von ihm, als er aus gesundheitlichen Gründen das Camp vorzeitig verlassen musste. Doch während die einen traurig Abschied nehmen, könnte für Kim Virginia, 28, eigentlich die Sonne scheinen, sie hätte eigentlich mit den wenigsten Anrufen das Camp verlassen sollen. Aber die Promiflash-Leser sind sich einig, Kim muss als nächstes dran glauben. Wird Kim in der nächsten Folge das Camp verlassen? Die Promiflash-Umfrage, Stand 31. Januar, 9 Uhr, zeigt ein klares Ergebnis. Von 2014 Teilnehmern sind 1535 Leser, also 76,2%, der Meinung, dass Kim das Dschungelabenteuer in der nächsten Folge beenden wird. Nur 23,8%, also 479 Teilnehmer, sehen noch Hoffnung für die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Die Mehrheit der Zuschauer denkt also, dass es Zeit für Kim ist, ihre Sachen zu packen. Aber hat Kim trotz des harten Urteils der Promiflash-Leser noch eine Chance? In den letzten Folgen hat sie sich von ihrer verletzlichen Seite gezeigt, was die Zuschauer beeindruckte. Ein Instagram-Nutzer kommentierte, ich fand das gerade sehr sympathisch, auch wenn es eine super traurige Geschichte war. Die Frage bleibt, wird Kim sich halten können oder ist ihr Dschungelabenteuer bald vorbei? Bleibt dran, um es herauszufinden.